habe ich jetzt noch allgemeine sinnsteine ohne seel zwei stück noch die stück hat sich verbessert super brusthannisch der blutlegion geil ring der diebe schleichen sichert und leben entdecken großer seelenstein ohne seele wir haben wieder alle einmal aber bei dir fange ich keine seele denn bei dir ist es mir wichtig dass du den schwarzbären nicht beschwörst ich habe die ist runtergefallen und die pfeile sind da ich habe zweimal daneben geschossen da unten liegt der andere aber bevor wir den holen müssen wir erstmal den ogre und den landdruck oder minuten haus ich weiß nicht mehr landdruck loswerden ich glaube der ist tot eigentlich wollte ich noch die seele fangen aber egal fangen wir deine seele und gib sie mir dankeschön damit ist der große seelenstein wieder weg allgemein groß groß ja zwei größere ohne seele hätten wir noch so da ziehen wir wieder unsere anschau aus sicher hat sich verbessert schild der wiederkehren zauberwiederspiegel geil und auch der effekt ist geringer also in allem schlecht außer im na ja wo ist denn jetzt unser fall ich glaube das schon verschwunden außer im gewicht ich habe ich zu lange gebraucht dass der pfeil verschwunden na gut gehen wir da rein tiefe dorn zwei köhle dann gehen wir erst mal hier illusion hat sich schon wieder das verbessert sich dauernd irgendwie das ist voll geil einfach nur weil wir einen starken illusionstabler die ganze zeit benutzen so hier möchte ich hier geht es gar nicht weiter bin ich dann jetzt auch fertig nein da geht es noch wohin gehen wir dort hin da gibt es noch was und weg auch tiefe dorn zwei köhle zwei zugänge haben wir jetzt jetzt leute welche nehmen wir denn nur nehmen wir den dann müssen wir nicht extra zu dem anderen wieder zurück rennen speichern wir schlecht ich glaube die kommen hier nicht durch geil das war der aber ich möchte dich auf eine bestimmte weise besiegen zerstörung üben der gegenstand ist nicht aufgeladen okay machen wir ihn mit zerstörungs magie zunichte geschafft so illusion können wir gleich wieder zaubern machen wir so lange eine facke an habe ich nicht zweimal daneben geschossen musste also den ewig angeschossen dann müsste da da ist der zweite pfeil zwei kleine sehen stein mit kleinen säen wenn wir zu hause sind werden noch mal alle waffen aufgeladen alle magischen und jetzt redet er auf uns zu Is it? Einen großen Seenstern haben wir gerade nicht mehr, das ist Seenfalle, hätte keinen Sinn mehr. Lassen wir es also. So. Ich habe dreimal auf den Ehrlich geschossen, es müssten also drei Pfeile hier irgendwo herumliegen. Wo ist denn der Dritte? Hm. Habe ich den vielleicht schon aufgenommen? Unbewusst? Naja. 88 Punkte haben wir schon, Leute, das ist saugeil. Inneres. Ich glaube, da wären wir wieder hergekommen. Das wäre also der andere Weg. Dann bin ich froh, dass wir da hinten hoch sind. Ein Lagerfeuer. Und dann bin ich froh, dass wir da hinten hoch sind. Größere haben wir noch und bei Kleinen ist es sowieso egal. Fangen wir dich. Danke für die Seele. Ich glaube, das ist eine Allgemeine bei dem normalen Minotaurus. Gering der Willenskraft. Cool. Ein Allgemeiner ohne Seelenstein. Geil. Äh, ohne Seele meine ich. Ein Allgemeiner Seelenstein ohne Seelenstein ist irgendwie ein bisschen blöd, oder? Geht doch gar nicht. Jetzt haben wir die zwei Höhlen. Ich würde gerne bei der oberen hier zuerst weitergehen. Zwei Landdreugs. Ich gehe erst einmal hier oben einmal drumherum. Halskette der Schwerter. Cool. Haben wir aber, glaube ich, schon. Aber egal. Kleiner Seelenstein ohne Seele. Da steht jemand. Aminotaur und Fürst. Ich möchte ihn von der anderen Seite her angreifen. Dann ist das nicht das Feuer zwischen uns. So, von hier aus. Deine Seele kann ich, glaube ich, eh nicht fangen. Also egal. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Das ist eine gute Übung. Warum sage ich, oh, ich wusste ja, dass ich die Seele nicht fangen kann. Oh, da können wir schlafen. Nis Nilians Nachforschungsnotizen. Hä? Ich habe die Forschung... Jeder Stein untersucht. Ich habe die Forschungsnotizen von Nis Nilian entdeckt. Laut der Notiz befindet er sich in der Herberge zur Kaiserlichen Brücke. Wenn ich ihm das Buch zurückgebe, gibt er mir vielleicht eine Belohnung. Fortfahren. Wo ist das? Ah, lol. Geil. Ha. Wir gehen jetzt sowieso einmal hier rum. Und dann fangen wir eh hier an. Ich glaube, ich fange aber hier an. Egal. Das Buch lassen wir im Inventar. Ich möchte es aber lesen. Les Nilians Notizen sind handschriftlich. Als ich die letzte Kammer der Dornenzweigköhle betrat, erblickte ich das Ziel meiner Expedition. In der pechschwarzen Dunkelheit lockte mich das vertraute, aquamarienblaue Leuchten des Welkensteins in stiller Ehrfurcht. Ich war der Erste hier seit Urzeiten. Das bezeugten die dicken Schichten von Staub und Trümmern, die überall verstreut waren. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich dort stand, voller Ehrfurcht vor den wunderschönen Kristallen außerhalb ihrer natürlichen Umwelt. Alle haben sie gesagt, ich sei verrückt. Ein Narr. Ein Hans Wurscht. Kristalle, die außerhalb der Eileinungen wachsen? Lächerlich. Ich habe fast ein Jahrzehnt und alles Geld, das ich besaß, darauf verwendet, durch Syrodil zu reisen und die zahlreichen natürlichen Höhen zu erforschen, die in der Landschaft vorkommen. Dann, in jener schicksalsvollen Nacht, stolperte ein Ork ins Gasthaus der Kaiserbrücke, in dem ich zufällig vor mich hintrank. Er schwatzte eine Menge Unsinn über Kreaturen, die aus dem Dunkel kämen, und ich tat ihn als betrunken ab, bis er etwas sagte, das mein Herz mit Hoffnung erfüllte. Er sprach von einem Licht in der Dunkelheit, so blau wie die Herren Meer. Könnte es sich um die Welkensteine handeln, die ich suchte? Ich musste einfach mehr erfahren. Einige Goldmünzen und viele Getränke später erzählte der Ork, dass er in der Dornenzweighöhle gewesen sei. Als ich in der Nacht meinen Weg zur Höhle suchte, überschlugen sich meine Gedanken. Die Geschichten mussten wahr sein. Die Eileitenkultur hatte die Kunst erlernt, diese kristallinen Strukturen zu erschaffen und soeben begonnen, sie außerhalb ihrer unterirdischen Gemeinschaften zu kultivieren, als sie aus der Geschichte verschwanden. Das konnte nur eines bedeuten. Mit dem richtigen Material sowie entsprechender Magie und Forschung konnte der Welkenstein an jede Umgebung angepasst werden. Ich musste zur Dornenzweighöhle gelangen und sie studieren, bevor jemand anderes sie fand. Dies würde mein Beitrag zur Geschichte sein. Mein Augenblick des Ruhms. Und nun bin ich durch die Höhle geklettert und in dieser Kammer angekommen. Wenn ich diesen Eintrag in mein Tagebuch beendet habe, werde ich so viel zu tun haben. Ganz unglaublich viel. Das wird der Tag sein, an dem man sich an Litnilian als den Ersten erinnern wird, der die Geheimnisse des Welkensteins entdeckt hat. Auf diesen handschriftlichen Tagebucheintrag folgen Zahlen und Notizen in einer Art Kurzschrift. Okay. Cool. Und wo sind die? Ach, das sind sie. Spitzhacke. Ja, cool. Welkensteine. Natürliche Form, Leute. Schade, dass wir da nichts mitnehmen können. Naja. Greifen wir die beiden. Haben wir noch leere Seelensteine? Allgemeine hätten wir noch zwei. Und größere hätten wir auch noch zwei. Also kein Problem, wir können beide fangen. So, irgendeinen Seelenstein dürften wir jetzt nicht mehr haben. Ich glaube, die allgemeinen. Nein, doch. Da sind es die größeren. Ja, wir haben keine größeren mehr. Also die großen und die größeren sind alle. Dann fehlen jetzt noch die allgemeinen und die kleinen. Festigen Handelsgeschick. Cool. Große Seelenstein mit allgemeiner Seele. So, gibt es hier unten sonst noch etwas? Nein, gehen wir da rein. Da geht es nicht weiter. Dann haben wir jetzt nur noch da hinten den zweiten Gang, oder? Den hier. Ach, da geht es auch nicht weiter. Okay, dann. Vielleicht ist da noch eine Ratte oder so. Keine Ahnung. Ach, ich. Jetzt was, ich stehe auf. Boah, das ist geil. Das gefällt mir. Hier ist nichts mehr. Gehen wir raus. Hier müsste ja die eine Tür sein. Ja. Gehen wir die Abkürzung. Geht es hier raus? Oder geht es hier wieder zurück? Ah, es gibt eh nur diesen Weg. Und hier geht es raus. So, hier hoch. Und da ist noch nicht der Ausgang. Die sind rötlich wie Kekse. Das ist mir sonst nie aufgefallen. Ich dachte mir, die wären bräunlich. Naja. So, es ist zwölf Uhr nachmittags. Dann schlafen wir acht, warten wir acht Stunden. Ihr liegt auf dem Rücken und ein seliges Gefühl des Friedens. Erfüllt euren Verstand. Ich habe also liegen gewartet. So, die Eiliterruine lassen wir ja noch. Sonst gibt es hier nichts. Okay, cool. Das heißt, wir machen dann hier wieder weiter. Und gehen da weiter entlang. Aber jetzt erstmal nach Hause.